ja hallo leute herzlich willkommen zu meinem neuen video heute mal wieder ein video außerhalb der reihe also kein video wo ich ein set aufbaue und vorstelle sondern ein video wo ich mal wieder ein paar dinge zusammengesucht habe heute haben wir das thema modular buildings übergreifend über verschiedene hersteller und zwar da so ein bisschen eingeschränkt auf neue und zukünftige gebäude neu heißt in dem sinne ja so im laufe des letzten jahres also auch ende letzten jahres noch vielleicht auch mal ein älteres dabei ich lege jetzt meine hand nicht ins feuer ich kann auch nur das raussuchen was ich finde und das muss jetzt nicht vollständig sein also es können welche fehlen die ihr vielleicht schon gesehen habt oder ich habe irgendwie was reingepackt was irgendwie doch schon viel viel älter ist aber gut ich hoffe für jeden sind informationen dabei und vielleicht auch ein interessanter gebäude oder auf die man sich freuen kann auf die zukünftigen und deswegen freue ich jetzt mich mit euch da mal durchzugehen wir haben insgesamt glaube ich 36 set habe ich gefunden ja genau und ich habe zu jedem set auf jeden fall den namen und die setnummer und den hersteller und auch die teile anzahlen was ich nicht immer habe ist jetzt ob da minifiguren dabei sind den preis habe ich auch nicht immer ich habe den preis auch jetzt nicht komplett überall verglichen das ist auch nur ein richtwert in dollar und ab und zu habe ich auch noch die größe des gebäudes das habe ich leider auch nicht überall gefunden wenn man da jetzt keine bilder findet oder keine angaben ich wollte jetzt auch nicht noch stundenlang jedes gebäude einzeln suchen also verzeiht mir das wenn das dann fehlt ja ich würde mal sagen wir starten durch die ersten beiden sind jetzt ein bisschen älter schon das weiß ich aber ich habe sie einfach mit reingenommen weil ich finde sie gut da haben wir nämlich einmal wangi des barbecue restaurant mit der nummer 6313 ich kann das auch noch mal ein bisschen vergrößern hier und das hat 1922 teile null minifiguren oder so ich weiß gar nicht sind da welche dabei ich habe keine gefunden 85 dollar ungefähr ist 30,4 x 19 x 34,3 cm groß ich habe sie auch noch stehen werde es auch bauen also könnt ihr euch auf jeden fall noch auf dem video freuen und ich finde es sieht einfach cool aus als nächstes kommen wir wieder zu einem wangi set nämlich die auto reparatur oder den auto reparatur shop mit tankstelle dabei wie ihr hier seht und das set hat die set nummer 63 14 und 2120 teile kostet auch so ungefähr 80 85 dollar größe sind 39 x 19 x 38 cm gut jetzt kommen wir zum set von sx ich habe es auch eigentlich schon mal von glaube ich cgao gesehen gehabt aber auf jeden fall war es irgendwie schon angekündigt ist jetzt angekündigt wieder von sx die modern library da soll auch ein fahrstuhl hier drin sein der umständen elektronisch angetrieben ist mit der set nummer 8004 und 2734 teilen größe kann ich in dem fall jetzt nicht so genau sagen minifiguren ja es sind hier auf jeden fall wie ihr seht 1 2 3 6 stück dabei anscheinend ob drin noch mehr sind weiß ich nicht jetzt kommen wir zu einem hersteller rael oder ra also rael geschrieben da habe ich jetzt ein paar sets gefunden einige zukünftige oder viele zukünftige im grund um die meisten sogar die irgendwie noch rauskommen können also die jetzt 2020 oder sowas angekündigt worden sind da haben wir als erstes dass street shoes also straßenschule gebäude oder sowas mit 3750 teilen und der set nummer 100 002 da habe ich keine weiteren information gefunden nur dass es jetzt angekündigt ist ja eigentlich ein schickes normales gebäude gefällt mir als nächstes kommen wir zu dem ice cream store der ist auch schon erhältlich für 102 dollar mit vier minifiguren 13 x 25 x 32 cm groß 2600 teile sieht man hier auch und das hat nummer 100 003 also eher ein schmaleres gebäude wenn man jetzt nicht so platz für ein breites hat ist das denke ich mal eine alternative dann kommen wir zum chemist chemist also chemiker also eher hier würde ich mal sagen der apotheke hier vom zeichen her aber gut 1753 teile 10 004 auch in der streetview serie da sind die alle erschienen oder werden sie erscheinen das wert glaube ich noch erscheinen ich habe es noch nicht zum kauf gefunden deswegen auch keine weiteren informationen dann haben wir wieder rael das ist das watchmakers haus warum auch immer watchmakers was ist ein watchmaker ich weiß es gar nicht so genau und das hat 1900 teile und die set nummer 100 006 ja also ein bisschen verspielter mit rosa drin ist jetzt so bestimmt nicht jeden seine sache das gebäude dann haben wir das town hospital mit 100 007 set nummer und besteht aus 3036 teilen also von draußen würde ich mal sagen kann man jetzt gar nicht unbedingt erkennen dass es ein krankenhaus sein soll hier ist glaube ich ein rotes kreuz wir haben hier in der garage oder ein fahrt parkplatz hinten so wie es aussieht oder nicht aussieht das ist wohl so und das hat dann eher 1000 36 36 teile das habe ich aber schon gesagt und kommt dann auch irgendwann in der zukunft raus jetzt haben wir ein riesen gebäude auch von rael noch das letzte von rael the university also die universität das sieht richtig cool aus finde ich 1008 soll die set nummer sein und 6146 teile soll das ding haben also schon ein riesen klopper eine sache noch zwischendurch also wir haben hier garantiert einige mocks dabei die sich so ein chinese irgendwo geschnappt hat um zu produzieren meine meinung dazu ist grundsätzlich finde ich es gut wenn man mocks bekommt auch aus alternativen klemmbo stein weil das meistens um einiges günstiger wird als aus original stein was ich wiederum ein bisschen blöd finde ist wenn die hersteller dann einfach das sich nehmen ohne mit dem mocker gesprochen zu haben und das wäre natürlich wünschenswert wenn das passiert was wiederum gut ist dass viele händler bevor sie das hier also händler deutschland das hier ins portfolio nehmen den mocker anschreiben und versuchen mit dem was auszuhandeln das ist ein weg der den finde ich okay für andere mag das überhaupt nicht in ordnung sein klar der hat das kopiert ich habe auch die hoffnung dass die hersteller das dann auch mal lernen wenn jetzt irgendwie ein händler sagt ich nehme euch das nicht ab weil ihr habt das ohne mit dem mocker abgesprochen macht also können sie es dann nicht nach deutschland oder europa verkaufen wie auch immer und vielleicht lernen sie es dann so dass sie dann vorher sprechen was sie nicht ich mache jetzt auch immer weiter mit dem nächsten das ist jetzt das lbikes oder der ja jetzt habe ich gerade ein kleines problem sehe ich gerade weil der bike shop kommt in meiner liste eigentlich erst später da ist irgendwas durch den anderen kommen wartet mal ich hoffe dass ich das dann wieder hinkriege jetzt muss ich mir mal gucken wo ist der bike shop da unten ja okay der hat die set nummer 10 181 ug gleich set nummer hat auch noch ein anderer da bin ich wo ich keine ahnung entschuldigung jetzt bin ich gerade bis durch angekommen der bike shop soll von orgo rauskommen der war mal früher ein eigenes set gewesen von liebhin da gab es das auch schon jetzt hat anscheinend das design übernommen oder wie auch immer 3668 teile soll das haben und ich finde ihn eigentlich ganz nett machen wir weiter ich weiß jetzt nicht was kommt ja ich unterbreche mal kurz irgendwas stimmt hier gerade nicht glaube ich oder ich habe hier gerade eine falsche sortierung drin das ist gerade ein bisschen blöd aber ich kann auch unterspringen meine liste das ist jetzt das café havana shining das finde ich auch richtig gut von orge ug 10 184 hat die setnummer 3058 teile also mal ein bisschen andersfarbig aufgebaut also echt ganz nett gemacht dann kommen wir zum da finde ich den namen ganz witzig den toy store arfol square also arfol square mit 4181 teilen und der set nummer 10 1 9 0 auch von orge kommt auch erst noch raus ich habe es noch nicht so gefunden gut jetzt bin ich anscheinend wieder meiner liste irgendwie hat er diese sets vorgezogen gehabt wir kriegen jetzt noch eines von orge das the queen of victoria gebäude steht hier ja auch mit 3412 teilen und der set nummer 101 97 und habe ich auch noch nirgends gefunden kommt aber wohl auch irgendwann demnächst vielleicht raus und dann haben wir da muss ich mal ein bisschen vergrößern glaube ich so da haben wir jetzt den briggs square post office mit 3450 teilen auch von orge 10198 gut dann müssten wir jetzt eigentlich mit orge durch sein und wir müssen zum mold king kommen ja das ist auch der fall und da haben wir das erste mold king was noch nicht raus ist meiner meinung nach das paradise corner restaurant sieht eigentlich ganz niedlich aus finde ich also so vom stil hier so ein bisschen viktorianisch würde ich sagen und hat dann die z nummer 11 00 3 und 2527 teile kommt dann von mold king wahrscheinlich auch irgendwann demnächst mal raus als nächstes kommen wir auch mold king nova town serie würde ich mal sagen so heißt weil das habe ich öfters gesehen das ist der guitar shop oder ja also hier ich habe auch irgendwie car wash shop auch gefunden als name wegen dem bosch hier ich weiß nicht ob da beides drin ist keine ahnung wird man sehen können wenn man das dann irgendwann mal vorstellt also hier steht car wash und ihr hier music store guitar store habe ich als namen gesehen als wahrscheinlich beides drin ist mit light bricks ausgestattet 2168 teile und hat die set nummer 16 002 und kostet so was ich gesehen habe so 100 dollar da habe ich auch mal wieder eine größe 25,5 bei 25,5 mal 30 zentimeter groß soll es sein und ich finde das ist schon richtig ein nettes gebäude das sieht richtig gut aus dann kommen wir wieder in novatown serie das set 16 005 mit 3050 teilen und das ist dann das an der antik collection shop also ein antik laden und soll 114 dollar kosten 26 x 26 x 35 cm es kann billiger sein es kann teurer sein das sind nur richtpreise die ich jetzt irgendwo gefunden habe also wenn ihr es billiger kriegt super wenn ihr store kriegt noch mal einmal gucken vielleicht oder ihr wollt da jetzt bestellen dann bestellt da mit led auch ausgestattet und dann geht es weiter das ding finde ich auch richtig geil das ist der botanische garten oder botanical garden shop 2147 teil 16 019 die setnummer und es ist vom stil her finde ich das richtig cool gemacht hier mit diesen ausgebeulten fenstern also da hat man habe ich dann nur die hoffnung wenn man das man verkauft dass die scheiben nicht zerkratzt sind weil die scheiben spielen natürlich eine riesenrolle bei dem set wenn da überall kratzer drauf wären wäre das schon ein bisschen blöd aber ansonsten schickes set finde ich richtig gut habe ich da die größe muss ich mal eben gucken nein aber so um die 99 dollar so ungefähr soll das auch kosten mit led auch wieder ausgestattet er hat er mir gerade wieder was übersprungen irgendwie habe ich hier probleme mit den bildern habe ich das gefühl teilweise aber gucken wir mal ich merke mir das mal was ich übersprungen habe dann kann ich das sonst nochmal nachholen das ist das chanel christelhaus auch von mold king 16 021 3800 teile also schon ein großer klopper 162 dollar 25 x 25 x 40 zentimeter mit leds ausgestattet ganz nett gemacht dann kommen wir zu dem fischhaus pier von orgel jetzt nochmal und das hat die setnummer 30 101 das ist eine ergänzung zu dem fisch fischerhaus oder den old fisch wie heißt er noch old fisherman shop oder sowas ich weiß es nicht mehr genau 1400 zwei teile 68 dollar drei minifiguren scheine anscheinend auch bei zu sein wer das eine schon hat kann hiermit das andere ergänzen so dann haben wir als einzige set von sembo das ist der coffee shop ja setnummer 6010 93 und 2095 teile und hat sozusagen zwölf minifiguren dabei das sembo packt ja immer richtig viele minifiguren bei 105 dollar ungefähr 38 38,3 mal 54 mal 37,5 zentimeter also von der grundfläche brisig weil 38 mal 54 zentimeter ist schon eine menge auch mit leds ausgestattet also ganz nett dann kommen wir zu dem einzigen set von panlos brick das ist angelehnt an das sanctum sanctorium was lego mal rausgebracht hat dr strange sanctum heißt das 613 001 mit 6594 teilen habe ich nur eine ankündigung gesehen noch nirgendwo gefunden aber das ist ein riesen klopper und sieht eigentlich auch ziemlich genial aus von draußen was haben wir jetzt als nächstes jetzt kommen wir zu cgao gebäuden die werden oder umständen die meisten von euch schon mal gesehen haben oder kennen wenn nicht ist gut dann kehrt der sie jetzt kennen das ist die corner mall von cgao mit der nummer ql 09 19 3474 teile 116 dollar ungefähr auch gibt es auch billiger so ist im menschen die versandkosten natürlich auch schiene auch viel höher man kriegt sie auch ab und zu jetzt in deutschland mit fünf minifiguren 25,5 25,5 mal 34 zentimeter dann haben wir als nächstes das romantic restaurant von cgao natürlich auch ql 09 20 die nummer 3577 teile wahrscheinlich auch in fünf minifiguren auch so gleich preislage so etwas über 100 dollar ungefähr größe habe ich jetzt irgendwie hier nicht gefunden witzigerweise aber gut dann haben wir als nächstes den wartet mal also den the corner theme part nein wo war ich jetzt jetzt bin ich durch den anderen gekommen die entschuldigung die ruby european mall steht auch oben auch drüber mein gott ich bin ein bisschen verwehrt irgendwie verwehrt mich gerade die miaut hier unten immer neben mir da komme ich dann immer ein bisschen raus hat sozusagen 20 20 39 teile fünf minifiguren so 85 dollar 26 26 26 36 zentimeter soll das sein und ja normales gebäude denke ich mal nichts besonderes dann kommen wir jetzt zu the corner theme park oder sowas irgendwie in die richtung den namen habe ich gefunden ich habe auch noch einen anderen namen gefunden den weiß ich jetzt gerade nicht aber ql 09 23 20 20 20 32 teile sechs minifiguren und noch 25,9 x 26,3 x 35,2 zentimeter groß auch so 110 dollar ungefähr könnte das so liegen ungefähr dann haben wir die old taverne so old tavern die habe ich selbst schon gebaut da gibt es schon videos von mir cooles gebäude 4030 teile ist auch das größte cgau gebäude was ich hier in meiner liste habe set nummer ql 0924 acht minifiguren 26 26 26 47 zentimeter und kostet auch so um den dreh 110 120 dollar dann kommen wir zu ein bisschen kleineren gebäuden von siegau die haben eben weniger teile das ist der coffee store jetzt vorhin hatte ich schon mal genannt aber jetzt kommt der coffee store ql 0934 1278 teile 54 dollar liegt das so 19,2 x 17,5 x 26,5 zentimeter also in der grundfläche kleiner in der höhe aber ähnlich wie die anderen ja 54 dollar hatte ich schon gesagt weiß ich nicht auf jeden fall das ist das gebäude und dann kommen wir als nächstes zum hill hotel hill hotel genau das finde ich eigentlich ganz schick von den farben her muss ich sagen so dieses gediebene braun mit dem blau oben drauf ein bisschen gold und so das sieht echt nett aus finde ich ql 0935 von cgau natürlich 13 67 teile drei minifiguren 54 dollar auch 19,3 x 17,8 x 30,5 zentimeter und ja wie es gefällt mir gefällt drei teile hier wer sieht und dann machen wir weiter das ist jetzt das rome restaurant ql 0936 von cgau 1186 teile drei minifiguren 54 dollar auch wieder grundfläche wird ähnlich sein habe ich jetzt hier nicht stehen dann haben wir zigao den schien das china restaurant und das hat die nummer ql 0937 mit 1326 teilen wieder 54 dollar drei minifiguren 19,2 x 70,5 x 26,5 zentimeter so was bin ich mal gespannt was jetzt noch kommt das ist der bake shop von orge 101 80 ist die setnummer 2119 teile 120 dollar 26 25,6 x 25,6 x 30 zentimeter minifiguren sind da glaube ich nicht dabei war ich bin mir nicht ganz sicher man hat auf jeden fall auf den fotos weg kommt jetzt noch was ja der joker park auch von orge das ist so ein indoor spiele center im grunde genommen wenn man fotos von drin sieht 10 181 die setnummer 3329 teile fünf minifiguren sehr wahrscheinlich habe ich gerade gesagt bei orge sind keine minifiguren bei hier sage ich das jetzt da werden wohl minifiguren dabei sein man sind es nicht auf dem foto 128 dollar soll das ding kosten wahrscheinlich gibt es aber auch für weniger 25,6 x 25,6 x 32,5 zentimeter so ok hatten wir das hotel schon von orge ne wahrscheinlich nicht das ist jetzt das hotel 10 182 ist die setnummer 4143 teile ist angekündigt habe ich noch nirgendwo gefunden in keinem job sieht aber auch ganz nett aus hotel orge okay kann man sich auch umgestalten und das war's ja dadurch dass er mir vorhin paar sets dazwischen geschoben hatte die ich gar nicht erwartet hatte sind wir jetzt auch schon durch das ist der wahnsinn ging doch schneller als gedacht und ich hoffe mal für jeden war irgendwas dabei wo er sagt mensch da freue ich mich drauf mensch das finde ich cool das muss ich mir holen und ja ich kann nur danke sagen würde mich über daumen hoch ein abo oder kommentar von euch freuen schreibt doch mal in die kommentare welches von den gebäuden euch so am besten gefallen hat worauf freut ihr euch was wollt ihr euch kaufen was habt ihr vielleicht schon ja schreibt doch mal einfach würde mich freuen und dann sehen wir uns im nächsten video wieder bis dann und tschüss tschüss Vielen Dank.